Hi und herzlich willkommen zum Goal Transfer Talk. Auch heute reden wir wieder über drei Transferthemen der Woche. Mit wir meine ich natürlich mich, Patricia Seibert und Sebastian Mittag, Goal-Chefredakteur. Und wir haben wie immer auch einen Gast dabei. Das ist heute Ole Lavis. Er ist Goal-Redakteur und mein Kollege bei den Goal News. Hi Ole, schön, dass du da bist. Und hi auch an dich, Sebastian. Schön, dass wir wieder zusammensitzen. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein. Es gibt Infos. Es gibt Infos von uns, Goal und Box. Und zwar, dass die Bayern Interesse haben an einem Spieler von RB Leipzig. Und dieser Spieler ist Dani Olmo. Ja, und Dani Olmo soll sich das wohl auch ganz gut vorstellen können, so einen Wechsel zu den Bayern. Ole, würde Dani Olmo denn überhaupt zu den Bayern passen? Was meinst du? Also ich glaube, insgesamt erstmal, Dani Olmo ist ein super Spieler. Der hat bei der WM Spanien wirklich schon echt richtig gute Leistungen gezeigt. Gehört seit Jahren, glaube ich, zu einem der besten Bundesligaspieler, die nicht bei Bayern oder Dortmund spielen. Hat auch so eine Rolle, die es beim FC Bayern momentan, glaube ich, nicht wirklich gibt. Er ist wirklich so ein klassischer Spielmacher, kann Pässe tief, sehr, sehr gut finden, ist aber gleichzeitig auch sehr, sehr flexibel einsetzbar. Und ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, dass er Bayern eine Komponente geben würde, die der Kader bisher so nicht hat. Dazu wird ja auch über die Ablösesumme gesprochen, 40 Millionen Euro. Das ist für heutige Verhältnisse wirklich fast ein Schnapper. Und einen Konkurrenten damit gleichzeitig auch noch zu schwächen in der Bundesliga ist sicherlich auch noch ein ganz netter Nebeneffekt. Ja, Sebastian, was meinst du? Siehst du das ähnlich wie Ole? Ich kann mir den FC Bayern und Dani Olmo sogar sehr, sehr gut vorstellen. Als wir die Meldung rausgebracht haben von unserem Reporter in Spanien, gab es ja auch viele Stimmen, die gleich gesagt haben, der passt nicht wirklich zu Bayern. Da gäbe es schon genug Leute auf seiner Position, da wäre nichts dran. Ich kann es mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, weil die Leute, die jetzt sagen, das passt nicht, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie. Natürlich, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Bayern immer so spielen, wie sie im letzten Jahr gespielt haben, unter Nagelsmann gespielt haben zum Beispiel, dann würde es vielleicht schwieriger werden. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in der nächsten Saison, wenn Thomas Tuchel auch eine komplette Vorbereitung hat, dass er die Bayern auch ziemlich umbauen könnte. Und Dani Olmo, was ihn halt wirklich auszeichnet, ist, dass er sehr, sehr vielseitig einsetzbar ist. Viele sagen jetzt, ja, nominell spielt der Zehner, ist so ein Spielmacher, da hat er natürlich auch seine Qualitäten. Und dann liegt natürlich der Gedanke nahe, bei Bayern gäbe es da schon Musiala, der natürlich in den nächsten Jahren immer mehr Spielzeit kriegen würde. Und auch Thomas Müller. Über seine Situation wissen wir auch Bescheid, auch wenn er nicht natürlich der klassische Spielmacher ist, sondern dann viel mehr in den Strafraum reinzieht. Aber Dani Olmo kann auch verschiedene Positionen spielen, zieht auch manchmal oder fängt auf links an und zieht dann doch mehr in die Mitte. Das hat er gerade in der spanischen Nationalmannschaft viel gespielt. Wir gehen jetzt natürlich immer von einem Bayern-System aus, wo sie ein klassisches 4-2-3-1 spielen. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass mit dem Personal und auch von der Fußballidee von Thomas Tuchel her, dass er vielleicht umstellt, eher auf ein 4-3-2-1. Das würde auch ganz gut passen zur Verpflichtung oder zur ziemlich sicheren Verpflichtung von Konrad Leimer. Dann könnte ich mir zum Beispiel denken, dass man mit den drei defensiven Mittelfeldspielern Kimmich, Goretzka und Leimer vielleicht sogar spielen würde. Und dann zwei so halbversetzte Zehner. Und da könnte ich mir dann sehr gut Musiala und Dani Olmo vorstellen. Und dann vorne natürlich der wahrscheinlich 100 Millionen Euro Stürmer, wer auch immer das ist. Also das wäre eine Position, die er spielen könnte. Ich könnte mir gleichzeitig auch sehr gut vorstellen, dass die Bayern Jamal Musiala eher in den nächsten Jahren zu einem Achter umfunktionieren. Die Position hat er auch manchmal gespielt. Ich glaube, das würde auch seinen Talenten ganz gut entgegenkommen. Dann hat er ein bisschen mehr Spielfeld vor sich. Sein Abschluss ist auch nicht ganz so gut. Klar, seine Dribblings sind stark, aber er ist nicht so torgefährlich. Wenn er noch ein bisschen mehr an Übersicht gewinnt, könnte er einen Achter spielen und dann vielleicht so ein bisschen hinter Olmo agieren. Oder sogar Olmo wird ein bisschen umfunktioniert und spielt dann selbst den Achter. Wir haben ja schon mal in einer Sendung darüber geredet, dass die Bayern vielleicht den neuen Thiago brauchen. Und nicht nur, weil er Spanier ist, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die Bayern vielleicht Daniel Olmo umfunktionieren und dann eher ein bisschen nach hinten ziehen und als Achter spielen lassen. Er wäre nicht der erste Fußballer, bei dem das so passiert ist. Ich denke da zum Beispiel an Joshua Kimmich, der hat angefangen als Rechtsverteidiger und Pep Guardiola, der ihn da erst rechts eingesetzt hat, hat aber auch schon immer gesehen, okay, das wird vielleicht der Sechser oder der Achter der Zukunft. Also sowas kann immer passieren. Und diese Einsatzmöglichkeiten sehe ich auch für Olmo. Und wie gesagt, vielseitig einsetzbar, da kann viel passieren. Und gleichzeitig, wie Ole auch schon gesagt hat, ein spanischer Nationalspieler für um die 40 Millionen. Das gibt es heutzutage, mit den Qualitäten gibt es heutzutage sehr selten auf dem Markt. Also kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Bayern am Ende dann auch zuschlagen. Ich sehe schon, du hast einen ganz klaren Plan schon für Olmo bei den Bayern. Wir werden sehen, was passiert. Aber in der Bundesliga sucht ja nicht nur der FC Bayern nach neuen Spielern, sondern auch Eintracht Frankfurt. Die sind nämlich aktuell auf Stürmersuche. Das macht auch Sinn, wenn man bedenkt, dass Kolomianin heiß begehrter Spieler ist, unter anderem auch bei den Bayern auf dem Zettel steht und die Eintracht vielleicht sogar schon im Sommer verlassen könnte. Ja, deswegen schaut sich die Eintracht um und zwar in Frankreich bei PSG. Da haben sie ein Stürmer-Talent entdeckt und das ist Hugo Equis-Tiquet. Ja, 20 Jahre alt, bei PSG aktuell ausgeliehen. Ole, was ist das so für ein Stürmer-Typ, für ein Spieler-Typ? Kannst du uns da mehr erzählen? Ja, Equis-Tiquet hatte seinen Durchbruch in der vergangenen Saison noch bei Stadrons, hat da zehn Tore in der Liga A erzielt und galt auch lange als ein theoretischer Nachfolger für Erling Haaland beim BVB. Es gab schon im Winter erste Gerichte, also im Winter 2022, dass Newcastle ein Angebot abgegeben hat. Das hat Stad aber damals abgelehnt. Jetzt ist er seit Sommer bei PSG mit einer Laie, wird höchstwahrscheinlich auch fest verpflichtet, denn PSG hat eine Kaupppflicht von 35 Millionen Euro, sollten sie mindestens Tabellenzweiter in der Liga werden. Sieht sehr, sehr stark danach aus, dass das passiert. Seitdem er bei PSG ist, hat er natürlich das klassische Problem, dass viele Talente bei so einem Star und Zommel haben. Das heißt, er bekommt zwar seine Einsatzzeiten, aber selten über 90 Minuten. Momentan steht er erst bei vier Toren. Das ist natürlich für einen Stürmer nicht viel, aber man hat gerade bei Reims gesehen, das ist wirklich ein Spieler, der hat richtig viel Talent. Der ist so um die 1,90 groß, ist dafür wirklich technisch sehr, sehr visiert, hat auch Lust, mal ein paar kreative Sachen ausprobieren, hat zum Beispiel immer so Situationen drin gehabt, wo er den Ball über den Gegner rüberflickt bei Ballannahmen mit dem ersten Kontakt. Das ist schon ein sehr, sehr aufstrebender Junge. Ich kann mir aber vorstellen, dass er eben in der kommenden Saison, wenn er dann auch fest verpflichtet wird, auch erneut nicht allzu viele Chancen bekommen könnte und deswegen könnte ihm einen Tapetenwechsel, glaube ich, sehr, sehr gut tun. Das klingt soweit schon mal so gut. Sebastian, könnte er der Eintracht denn auch weiterhelfen? Was meinst du? Ja, ich denke sicherlich. Ich bin sehr, sehr sicher, dass die Position vorne im Mittelsturm frei werden wird. Irgendjemand wird sich Kolomö nie schon sichern. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher und die Frankfurter wissen es wohl auch und schauen sich deshalb um. EGTK hat die Qualitäten, nicht umsonst waren die anderen Klubs dran oder hat es schon gesagt, Dortmund zum Beispiel. Darum glaube ich, das könnte die Art von Stürmer sein, die Frankfurt weiterbringt und auch da ist er, glaube ich, eine heiße Aktie, weil das ist auch das Prinzip, mit dem Frankfurt ja gut gefahren ist. Darum hat er auch Dortmund auf ihn geschaut. Da weiß man jetzt, jetzt kriegt man ihn vielleicht für 30, 40 Millionen. Wenn es gut läuft, ist er in zwei Jahren 100 wert und dann dann macht man auch noch mal so richtig Geld, so wie es ja auch mit Kolomö nie funktioniert hat bei Frankfurt jetzt. Ich habe daran gedacht, als ich dann gelesen habe, Frankfurt sucht einen neuen Stürmer, auch einen französischen Stürmer, einen jungen, talentierten Stürmer. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn jetzt Kolomö nie zu den Bayern gehen soll und da wird es ja auch wahrscheinlich haarige Verhandlungen geben um die Höhe der Ablösesumme, dann wüsste ich noch einen französischen, talentierten Spieler, den ja die Bayern haben und vielleicht könnte man da ja eher tauschen. Vielleicht wäre er ja auch für die Eintracht interessant. Das ist Matisse Tell. Da hat man sich ja eh schon Gedanken gemacht, ob der jetzt zu einem anderen Verein gehen sollte, ob das noch mal was wird bei dem Bayern. Er ist noch ziemlich jung, aber bräuchte jetzt vielleicht noch mal so eine neue Entwicklungschance. Zwar hat sein Berater gesagt, er will bei den Bayern bleiben, aber gerade so eine Laie könnte ich mir da gut vorstellen. Vielleicht wäre das ja auch ein Move, der für Frankfurt ganz gut wäre. Eine günstige Laie in Verrechnung mit Kolomö nie. Dann hat man vielleicht für zwei Jahre einen Stürmer. Tell hat schon gezeigt bei seinen Einsätzen in der Bundesliga, dass er Tore schießen kann in der Bundesliga. Fünf Tore schon in der Bundesliga. Das ist auch gar nichts für die, nicht gar nichts für die geringe Anzahl der Minuten, die er gehabt hat. Und ich glaube schon, dass viele Bundesliga-Clubs und darunter auch Frankfurt so einen Spieler gebrauchen könnten. Und wenn man dann eh schon am Verhandeln ist, habe ich mir gedacht, da sind jetzt gar keine Infos dahinter, sondern einfach, wo ich mir denken könnte, okay, das würde passen für beide Seiten. Matisse Tell zu Eintracht Frankfurt, vielleicht wäre das was. Vielleicht wäre das was. Mal sehen. Ich glaube, einige Eintracht-Fans würden mir zustimmen, wenn man sagt, man hat trotzdem immer noch diesen kleinen Funken Hoffnung, dass Kolomö nie irgendwie zu halten ist, nochmal für eine Saison. Das liegt auch daran, dass Alario ja nicht eingeschlagen ist und Boree im Winter schon wechseln wollte. Also es könnte ja auch sein, dass die Eintracht sich nach Stürmern umschaut, weil andere Stürmer gehen wollen. Ne, also ich glaube, es ist klar, Kolomö nie wird sehr, sehr schwer zu halten sein und von daher guter Vorschlag. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wenn ihr Eintracht-Fans seid, auch wenn ihr nicht Eintracht-Fans seid, von Sebastians Wechselwunsch-Idee. Ja, und ansonsten glaube ich, müssen wir schauen, was passiert. Die Eintracht hat auf jeden Fall gute Verbindungen zu PSG. Wir sind ja immer mal wieder an Spielern interessiert und auch Dina Ebimbe ist aktuell ja schon im Kader der Eintracht und kam auch von PSG, hat sich auch bewiesen und ist ein guter Mann. Von daher bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber ich bin auch gespannt, wie es sich weiterentwickelt bei Mbappé, weil über den müssen wir heute auch noch reden. Es scheint sich so ein bisschen zu zerschlagen, so ein Wechsel zu Real, das wurde ja immer wieder ein bisschen spekuliert. Real möchte laut Marker Abstand nehmen von einer Mbappé-Verpflichtung, weil sie auf Vinicius Junior sitzen. Ja, und Mbappé möchte ja eigentlich eventuell von PSG weggehen, hat sich so angedeutet. Jetzt scheinen ihm aber so langsam die Optionen auszugehen. Sebastian, wenn es mit Real nichts wird, wo könnte Mbappé denn sonst noch hin? Boah, mir fällt wirklich nicht viel ein. Ich habe immer gedacht, okay, Real Madrid ist der einzige Klub, der sich das Gesamtpaket leisten könnte. Das ist ja echt wahrscheinlich der teuerste Fußballer, außer wenn Lionel Messi nach Saudi-Arabien geht. Aber der könnte schon richtig teuer werden und man hat ja auch die Fotos gesehen mit Mbappé im Real-Trikot als Kind. Ich dachte immer, irgendwann wird dieser Tag kommen, da passiert es. Aber ich glaube, der Stachel der kurzfristigen Absage vom letzten Jahr sitzt jetzt doch recht tief bei Real Madrid und man ist ja auch, wie die Geschichte der Marker besagt, man kann ja auch zufrieden sein mit Vinicius Junior. Das ist ein Top-Stürmer, der hat eine super Saison gespielt jetzt. Warum sollte man da so viel Geld ausgeben? Und dann sehe ich nicht mehr viele Vereine, wo Mbappé hingehen könnte. Wir haben ja auch schon mal ein paar Mal gesagt, irgendwie für immer in Paris bleiben, das wird ihn auch nicht glücklich machen. Jetzt nochmal bei so einem richtigen Traditionsverein oder bei einem anderen Klub zu spielen, wäre sicher was, was seine Karriere auch nochmal weiterbringen würde. Welche Klubs würde ich da sehen, wenn man in Spanien weiterdenkt? FC Barcelona, da kann man eigentlich jetzt nur lachen, weil die Geldprobleme, die die haben, da wird sicher nichts mit Mbappé. Dann bleibt ja eigentlich nur noch die Premier League. Und da auch wirklich die richtig reichen Klubs. Chelsea kann sich ja offenbar weiterhin alles leisten. Das könnte vielleicht eine Mannschaft sein, die das Geld hätte. Liverpool, da hat man auch gedacht, wenn neue Investoren kommen, greifen die vielleicht richtig tief in die Tasche. Aber da hat Klopp ja schon so ein bisschen gebremst und hat gesagt, naja, die ganz verrückten Dinge werden wir nicht machen. Das heißt, Liverpool wird für mich da nicht großartig in Frage kommen. Dann gibt es wie immer bei allen Stürmern oder bei allen guten Spielern Manchester United, die dann im Gespräch sind. Da frage ich mich aber, ob das der Klub wäre, der jetzt mittlerweile die Größe und das Renommee hat, das Kiel in Mbappé will. Da ging es jetzt doch die letzten Jahre steil bergab. Vielleicht könnten sie sich das Geld mit irgendwelchen Sponsoren und Investoren leisten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Mbappé dann sagt, okay, das ist der Verein, für den ich Paris verlasse. Und dann bleibt ja eigentlich nur noch Man City in der Premier League. Auf jeden Fall das Geld hätten sie. Ob sie den Platz im Kader frei hätten, ist die andere Frage. Aber vom Geld her könnten sie sich das leisten. Und das wäre dann auch der Klub, der so ein Transfer dann am Ende stemmen könnte. Und die wollen wenn jetzt Mbappé gehen würde, würde mir dann eigentlich nur Man City einfallen als realistische Option finanziell gesehen. Du hast ein paar Klubs angesprochen schon. Ole, welche Option hat Mbappé denn aus deiner Sicht? Also ich glaube, es ist für ihn jetzt wirklich sehr, sehr schwierig, weil ich glaube, mit der Entscheidung seiner Vertragsverlegung bei PSG war relativ auffällig, Mbappé geht es auf jeden Fall nicht nur um sportliche Aspekte und nicht nur um den höchsten maximalen sportlichen Erfolg, sondern auch darum, glaube ich, ein gewisses Maß an Geld auch auf jeden Fall zu verdienen. Und das ist in Europa, wie Sebastian schon gesagt hat, relativ schwierig. Ich glaube, die meisten Traditionsvereine, die nicht große Sponsoren haben, fallen einfach automatisch raus, weil sie das Gehalt oder die Ablösesumme nicht stemmen können. Solche Sachen wie USA, Saudi Arabien oder so sind natürlich viel zu früh und machen sportlich auch überhaupt gar keinen Sinn für die Ansprüche, die ein Kieran Mbappé hat. Und von daher bin ich da letztendlich ganz bei Sebastian. Ich glaube, für mich die realistischste Option ist eigentlich Manchester City, weil ich sehr, sehr fest davon ausgehe, dass Erling Haaland nicht bis zum Ende seiner Karriere im Etihad Stadium bleibt, sondern da gab es ja auch schon tausende Gerüchte über mögliche Ausstiegsklauseln, die exklusiv für Real Madrid gelten und so weiter und so fort. Und von daher bin ich mir sehr, sehr sicher, dass Erling Haaland nochmal irgendwann im Santiago Bernabeu auflaufen wird. Und dann halte ich es für sehr realistisch, wenn Kieran Mbappé Paris verlässt, dass er dann zu Manchester City gehen könnte. Höchstwahrscheinlich ist damit Pep Guardiola immer noch ein sehr, sehr guter Trainer an der Seitenlinie, der ihm sicherlich noch Dinge beibringen kann, die ihm vielleicht andere Trainer bisher nicht beigebracht haben. Manchester City hat die Möglichkeit, eine sehr, sehr hohe Ablösesumme zu zahlen, hätte, wenn Haaland geht, sicherlich auch wieder ein bisschen Platz im Gehaltsbudget frei und zudem halt eben diesen freien Platz im Sturm, den er da super besetzen könnte. Von daher, wie gesagt, bin ich da ganz bei Sebastian. Wenn es einen Wechsel nochmal gibt von Paris weg, dann höchstwahrscheinlich die Premier League und dann meiner Meinung nach wäre Manchester City bei einem Abgang von Erling Haaland zu Real Madrid die wohl realistische Option, wenn er seine Karriere nicht in Paris fortführen möchte. Sie dürfen ihm dann nur nicht sagen, was du ihm gesagt hast, dass Pep ihm noch was beibringen kann, weil so stolz wie Mbappé ist, dann will er wahrscheinlich nicht mal hören, dass er vom besten Trainer der Welt noch was lernen kann. Ich glaube auch, diese Vinicius-Entscheidung wird ihn in seinem Stolz auch irgendwo schon so ein bisschen gekränkt haben. Ich glaube, wenn Kieran Mbappé liest, es wäre einmal dritten Spieler besser als ihn sieht, egal ob jetzt oder perspektivisch. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt eine Sache, die ihm schmeckt. Und ich glaube, da haben jetzt beide Seiten auch schon real durch den nicht geklappten Transfer vor einem Jahr und jetzt Mbappé mit solchen Aussagen oder Informationen, die da teilweise durchliegen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass das nochmal zu einer Zusammenarbeit führt. Es wird auf jeden Fall interessant im Sommer oder auch in den kommenden Transferphasen. Ich würde sagen, wir gehen einfach genauso flott raus, wie wir reingegangen sind heute und würde mich jetzt schon verabschieden. Bei Ole, vielen Dank, dass du bei uns warst. Und bei Sebastian natürlich. Vielen Dank, dass du das wie jede Woche mit mir hier rockst. Genau. Und ansonsten könnt ihr uns gerne auch hören, also nur hören, und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt und sollt uns auch eure Meinung in die Kommentare schreiben. Also, wo zieht es Mbappé hin, beziehungsweise wo landet Mbappé? Passt Dani Eumot zu den Bayern und schnappt sich Eintracht Frankfurt? Iki Tike? Schreibt uns das gerne in die Kommentare und wir sind nächste Woche dann wieder für euch da. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.